Grüß Gott und herzlich willkommen zur zehnten und letzten Lektion zur Geschichte der Mathematik. Diese Lektion ist schwerpunktmäßig der frühen Geschichte der Analysis gewidmet, mit der wir uns so die ersten drei Kapitel beschäftigen werden. Diese Teile bedienen sich wie gehabt wieder recht intensiv der Vorlesungsaufzeichnung vom letzten Jahr. Ganz neu ist dann das vierte und letzte Kapitel, zumindest so einen kurzen Exkurs zur Vor- und Geschichte der Stochastik, wollte ich uns dann dieses Jahr doch gönnen. Zunächst aber zu uns aufgrund unserer Lernbiografie vielleicht etwas ungewohnten Geschichte der Analysis. Bisweilen wird ja als didaktisches Prinzip gefordert, dass die Lerngegenstände in etwa der historischen Entwicklung folgen. Dahinter steht so die Idee, dass man verbutet, dass jeder Lernende im Kleinen noch einmal dieselbe Entwicklung wie die Menschheit als Ganzes durchlaufen müsste. Ob das dann immer so stimmt, sei mal dahingestellt. Eine übliche Analysis-Vorlesung stellt jedenfalls die historische Reihenfolge ziemlich auf den Kopf. Was da am Anfang steht, Mengen und Abbildung, das kam historisch erst relativ spät. Und was dort ganz am Ende kommt, nämlich die Integrationstheorie, das hat hingegen die am weitesten zurückreichenden Wurzeln. Wie wir bereits in der vierten bis sechsten Lektion gesehen haben, gehen einige wichtige Erkenntnisse zur Flächenbestimmung mit exhaustiven Methoden auf die Antike zurück. Und das sind gewissermaßen Vorläufer der späteren Integralrechnung. Wir finden auch einige Unendliche rein. Und wir hatten anhand der Paradoxien des Zenon auch schon gehört, dass es den Griechen so einige Mühe machte, einen Umgang mit dem Unendlichen zu finden. Und je nachdem, wie streng Sie das sehen, wird man da vor 1821 bei Koshy oder sogar erst 1863 bei Weierstraß dann überhaupt erst Lösungen für insbesondere den vernünftigen Umgang mit dem aktuell Unendlichen finden, die auch heute noch für die allermeisten MathematikerInnen als überzeugend gelten. So, wichtige weitere Beiträge kommen von den Arabern, insbesondere hier diesem Al-Hasen bzw. Al-Haytham. Al-Hasen ist irgendwie so der westliche Name. Der hat Volumen vom Paraboloid bestimmt und eine Summenformel gefunden für Reihen der Form I hoch K. Also, wo über I hoch K summiert wird. Mit einem relativ cleveren Trick, gucken wir uns aber nicht an. Und dann gibt es eben in Indien, das hatte ich glaube ich auch in der Indien-Vorlesung erwähnt, gibt es so Sachen, das Tagentenproblem wird da schon behandelt. Also, wie findet man an Kurven-Tagenten mit mit auch Methoden, wo man immer kleiner denkt. Es gibt im Prinzip den Satz von Rolle. Ich habe schon wieder vergessen, was das ist, aber Sie kennen das vielleicht noch aus der Analyse. Gibt es im Prinzip und es gibt, und das ist so ein bisschen verblüffend, die potenzreine Entwicklung für Pi-Viertel. Das ist insofern etwas verblüffend, weil die potenzreine Entwicklung für Pi-Viertel wird ganz gerne Leibniz zugeordnet. Und es gibt zumindest einen, so einen indischen Mathematik-Historiker, der auch behauptet, dass sich irgendwie diese, via Jesuiten quasi da diese Manuskripte auch bis zu Leibniz und Newton hätten vorgedrungen sein können. So, das ist wieder dieses, wo man sagen kann, es gibt keine Beweise, dass der Leibniz oder der Newton das gelesen hat, sozusagen. Aber es gibt auch keine Beweise für das Gegenteil, quasi, wie auch. Aber es wird mittlerweile akzeptiert, dass quasi der Kalkül des Umgehens mit unendlichen Reihen im Prinzip den Indern ungefähr 150 Jahre dann irgendwie vor Europa eigentlich schon geläufig war. So, dann so Nicole Orem, der ist relativ bekannt für so eine frühe Form des Funktionsbegriffs. Dabei kann man zeitlich nicht ganz genau fixieren. Und die anderen jetzt Kepler, Fermat, Cavalieri, die kommen jetzt gleich nachher eh. Wallis habe ich mal weggelassen, man kann nicht alles erzählen. So, und dann 16, jetzt kommt so die eigentliche Zeit, 1666 bis 1700, wo eben dieser Kalkül entsteht. Bei dem Newton und teilweise auch bei dem Leibniz, aber ganz besonders bei dem Newton, ist irgendwie so das Problem, dass die ihre Gedanken nicht immer sofort so publiziert haben. Also gerade vom Newton liest man, dass der sehr empfindlich auf Kritik reagiert hat und dann quasi das nur sehr bruchstückhaft irgendwie publiziert hat. Und dass der Barrow da etwas später steht, der Barrow ist eigentlich der Lehrer von dem Newton. Also die Vorstellungen von dem sind etwas älter, aber wo das dann publiziert ist, das ist halt erst 1670. Aber der dürfte da schon den eng, also hat da schon eng mit dem Newton zusammengearbeitet und das merkt man auch ein bisschen in den newtonschen Vorstellungen. Und dann, wozu wir alles nicht mehr kommen, die Bernoullis haben noch einiges gemacht. Bei denen gibt es also das erste Mal, dass das Wort Funktion auftaucht, ist bei Leibniz. Aber das ist dann noch ganz schwammig. Etwas besser wird es dann hier schon bei den Bernoulli-Brüdern, Gebrüdern. Und hier Brooke Taylor. Jetzt habe ich eigentlich nur mal so Sachen draufgenommen, wo ich gedacht habe, ich will Sie mal unangenehm an die Analyse 1, 2 erinnern. Taylor rein. So, das ist hier 1712. Dann Funktion als eindeutige Zuordnung, also so wie man es in der Schule erklärt. Das entsteht halt so im 19. Jahrhundert durch Fourier, Dirich, Leon, Dedekind. Dann hier Bolzano steht hauptsächlich darauf, weil das ein Österreicher ist, der den Zwischenwertsatz gefunden hat. Das ist so 1817. Also den Zwischenwertsatz kennen Sie ja noch, wollen nicht erzählen. So, dann Cauchy. Das nennt man Arithmetisierung der Analysis. Arithmetisierung meint immer, dass sich die Sachen möglichst weit von geometrischen Vorstellungen lösen und rein durch Folgen arithmetisch beschrieben werden. Und da ist bei Cauchy quasi schon mal so ein erster Abschluss erreicht. Und im Grunde genommen ist die Ableitung genau so definiert, wie man das heute in der Schule lernt. So, und bei Weyerstraße sagt man dann finale Arithmetisierung. Der Analysist, da ist das dann halt schön mit Stetigkeit und Differenzierbarkeit mit diesen üblichen, also eine Funktion ist an einer Stelle differenzierbar, wenn dann da der Grenzwert so und so existiert. Und dass der Grenzwert bedeutet, dass ab einem bestimmten Folgen liegen die alle in einer Epsilon-Umgebung und man kann beliebig klein das machen und so weiter, so wie Sie das dann eigentlich auch in der Analysis mal gelernt haben sollten. Also spätestens bei Weyerstraße, also 1863 ist das alles da. Und parallel entwickelt halt Cantor auch irgendwie die Mengenlehre da zu einem gewissen Abschluss. So, und dann das, was man heute oft am Anfang der Analysis macht, zu sagen, eine Funktion ist eine zweistellige, rechtseindeutige Relation ist dann noch ein bisschen später. Das ist eigentlich erst bei Felix Hausdorf 1914. Und 1966 entsteht diese verrückte Idee der Nichtstandard-Analysis, wo man sich darauf einlässt, dass es infinitesimal kleine Zahlen gibt. Was man hier zeigt, gewisse Vorstellungen, die man teilweise Leibniz zuschreibt oder Leibniz-Vorgänger, die da aber sehr schwammig waren, lassen sich entweder lösen mit dem Grenzwertkalkül, wie Sie ihn kennen, oder dadurch, dass man die reellen Zahlen ergänzt um gewisse unendlich kleine Zahlen. Und dann sagt man irgendwie, jede unendlich kleine Zahl hat, also dann gibt es diese nicht, wie heißen die, hyperreellen Zahlen. Und die haben aber immer eine benachbarte, reelle Zahl. Und dann kann man den Standardteil von so einer hyperreellen Zahl stimmen. Das ist dann immer eine Standardzahl und so. Wirklich durchgesetzt hat sich diese spezielle Sichtweise auf das Unendliche allerdings nicht. Das heißt ja nicht umsonst Non-Standard-Analysis, auch wenn es immer wieder Versuche gegeben hat, auch die Ideen von Robinson sogar für den Schulunterricht nutzbar zu machen. Als Scholastik, das wird jetzt unser erster Teil sein, versteht man eine vor allem den Klöstern des Mittelalters zu verdankende Tradition, die so um einen Ausgleich, der sich ja nicht so selten widerstreitenden Ansichten von Philosophie und Religion bemüht hat. Hier sehen Sie einen Fund, der genau in diese Tradition hineingehört. Eine der frühesten Darstellungen funktionaler Zusammenhänge in so etwas Ähnlichem wie im Koordinatensystem hat man gefunden in so einer etwas entlegenen Handschrift aus einer Klosterschule. Und da sind hier die Planetenbahnen vom Planeten im Tierkreis und in der Erläuterung von dem Herr Nilscher steht auch in einer eigentlich völlig unzulässigen Weise dargestellt. Aber das ist auf jeden Fall mal so das früheste Fundstück von so einer funktionalen Darstellung. Dann, doch einige Jahre später, gibt es von dem Orem diesen Tractatus Delatitudinibus Formarum. Und da ist das so, dass da systematisch versucht wird, so verschiedene Vorgänge darzustellen dadurch, dass man sagt, also ich betrachte eine Größe, die nennen wir mal Intention, und die verändert sich in der Zeit. Und diese zeitliche Änderung nennt man Extension. Und dann diskutiert er so verschiedene Formen von Diagrammen, die dabei entstehen können. Und da kann man sagen, aha, das sind halt so. Also jetzt können Sie entweder sagen, wenn Sie Statistiker sind, das sind Vorläufer vom Balkendiagramm. Oder wenn Sie eher an Funktionen denken, können Sie auch sagen, das ist eine frühe Formdarstellung funktionaler Zusammenhänge. Wobei die x-Achse hier quasi immer eine Zeitachse meint. Und es gibt dann auch so ein Gesetz, was da bewiesen worden ist, dass meistens nach dem Merton-College benannt wird, wird ein Körper in der Zeit t von Geschwindigkeit v1 gleichmäßig auf v2 beschleunigt. So gilt für den zurückgelegten Weg ein halb v1 plus v2 mal t. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel hier sich das so denken, also hier ist c, sagen wir mal, Ihre Geschwindigkeit ist null. Jetzt bewegen Sie sich gleichmäßig in der Zeit, werden gleichmäßig beschleunigt, bewegen Sie sich. Also hier ist die Geschwindigkeit, die steigt gleichmäßig, bis Sie hier an den Punkt b kommen. Und jetzt wollen Sie wissen, was der zurückgelegte Weg ist. Dann kennen Sie das ja wahrscheinlich, dass wenn man unter der Kurve integrieren würde, hier gerade der zurückgelegte Weg da drunter ist. Und man kann hier dann auch argumentieren, warum kommt da auch ein halb v1 mal v2 raus. Naja, das macht er hier so, dass der sagt, naja, ich kann das ja hier so abschnibbeln und dann seitlich wieder drauflegen und dann habe ich da das Rechteck. Und damit habe ich hier halt Zeit, mal immer gleichbleibende Geschwindigkeit und das ergibt zurückgelegten Weg von so und so. Vielleicht können Sie sich noch an unsere allererste Lektion erinnern. Erst seit knapp zehn Jahren ist ja dank Matthieu Ossendreiber bekannt, dass diese Regel, die Sie hier sehen, im Grunde schon erfolgreich in den neubabylonischen Schriften zur Berechnung von Planetenbahnen genutzt wurde. Orem dürfte diese Quellen nicht gekannt haben und zumindest die Art der grafischen Darstellung ist dann auch wirklich was Neues. Ossendreiber hat ja nur aus den Keilschrifttexten rekonstruiert, dass die Babylonier da mit Trapezen und Dreiecken als Flächen unter Funktionen herumgetan haben, aber aufgezeichnet auf die Tafeln hatten die die zugehörigen Funktionsgrafen jedenfalls nicht. Damit sind wir auch schon am Ende des ersten Teils angekommen. Ich serviere Ihnen noch die üblichen Schnitzelfragen.